Willkommen bei Trubatec, Ihrem Partner für Molkereianlagen und Komponenten für die Lebensmittelindustrie. Trubatec realisiert seit vielen Jahren kundenspezifische Anlagen für die Verarbeitung von flüssigen und pastösen Milchprodukten für den internationalen Markt. Jahrzehntelange Erfahrung im internationalen Anlagenbau kombinieren wir erfolgreich mit hochwertigen Produkten aus Edelstahl sowie Engineering made in Germany. Wir garantieren höchste Hygienestandards, damit Ihre Lebensmittel einwandfrei produziert werden können. Des Weiteren liefern wir auch Komponenten für die Prozessautomatisierung wie Ventile, Doppelsitzventile für den automatischen betrieblichen Prozessablauf, Lebensmittel- und Industriepumpen sowie Mess- und Regeltechnik zur Kontrolle der betrieblichen Prozesse. Unsere Anlagen überzeugen mit durchdachten Konzepten, die bedienungs- und wartungsfreundlich zugleich sind. Bei der anschließenden Inbetriebnahme sind wir ebenso Ihr Partner wie bei der Schulung Ihres Bedienpersonals und Ihrer Servicemitarbeiter. Kontaktieren Sie uns. Wir freuen uns auf Ihren Auftrag.